Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein neues Smartphone und zwar um das Huawei Nova 11 Pro. Das ist jetzt neu auf dem Markt und das habe ich mir die letzten Wochen etwas genauer angeschaut. Man bekommt hier ein wirklich schönes Design mit einer klasse Alltagskamera und das Ganze so an einem Preis von 699 Euro. Was es sonst alles zu bieten hat und wie es sich geschlagen hat, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Das Huawei Nova 11 Pro gibt es in zwei Farbvarianten. Einmal in diesem Schwarz, wie ich es auch in meinem Fall habe und dann noch in diesem Grünton. Finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Ich persönlich mag auf jeden Fall gerne die Rückseite mit den goldenen Applikationen im Schriftzug und um die Kamera. Das Backcover ist übrigens aus veganem Leder und hat hier auch diesen Nova Schriftzug nochmal eingeprägt. Das Smartphone liegt zudem auch wirklich sehr angenehm in der Hand, liegt auch an den abgerundeten Rändern. Es ist auch mit 6,8 Millimeter nicht wirklich dick und mit 168 Gramm ein wirkliches Leichtgewicht. Die abgerundeten Ränder sieht man dann auch noch besonders beim 6,78 Zoll OLED Curved Display, denn hier haben wir ein Display-Oberflächenverhältnis von 93,4%. Huawei setzt hier wieder auf das extrem stabile Kunlumnglas. Die Bildwiederholfrequenz, die beträgt bis zu 120 Hz bei einer Full HD Plus Auflösung. Aber auch von den Blickwinkeln, vom Kontrast, dem Schwarzwert und den Farben an sich hat das Display hier eine wirklich gute Figur gemacht. Auch im Display ist ein Fingerabdrucksensor integriert, welcher zuverlässig das Smartphone entsperrt. Für meinen Geschmack ist er aber etwas zu weit unten platziert. Außerdem lässt es sich auch per Gesichtserkennung entsperren. Dies hat im Alltag auch gut funktioniert. Das Smartphone kommt mit EMUI 13, lässt sich auch sehr intuitiv bedienen. Eine Frage, die hier bestimmt aufkommt, wie sieht es denn aus mit den Google-Diensten? Gibt es da eine Lösung für? Und ja, die gibt es auf jeden Fall. Nennt sich Gbox, gibt es in der Huawei App Gallery. Das einfach herunterladen und dort findet ihr dann auch die ganzen Google-Apps. Nun kann man diese einfach laden und auf den Homescreen hinzufügen und sich mit seinem Google-Account anmelden. Das ist natürlich auch super praktisch und so können wir jetzt ganz normal Google Maps, Google YouTube, Google Drive und so weiter nutzen, wie bei jedem anderen Android-Smartphone auch. Das ist auf jeden Fall auch wirklich good to know, also checkt das auf jeden Fall mal ab. Warte geht es dann im Punkto Kamera und hier starten wir erstmal bei der Hauptkamera auf der Rückseite. Hier haben wir eine 50 Megapixel Ultra Vision Hauptkamera mit RYYB und eine Blende von f1.9. Dazu gibt es eine 8 Megapixel Ultra Weitwinkel Makro Kamera mit einer Blende von f2.2 und einem Laser Autofokus. Alle Bilder, die ihr jetzt natürlich hier eingeblendet seht, sind mit dem Smartphone aufgenommen und nicht nachbearbeitet. Es ist, wie ich finde, auf jeden Fall eine wirklich gute Alltagskamera an diesem Mittelklasse-Smartphone vorhanden. Besonders, wenn man die Farben betrachtet, die Schärfe und die Details. Macht euch hier gerne einen eigenen Eindruck von den Bildern. Ihr könnt das Video auch öfters mal einfach pausieren, um euch die Bilder vielleicht nochmal im Detail anzuschauen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier mit Fotos zu machen. Unterstützt wird das Ganze auch durch einen zweifachen optischen Zoom. Um einfach so ein bisschen näher ans Objekt nochmal heranzukommen, habe ich auch öfters benutzt, um damit einfach nochmal schöne Fotos einfangen zu können. Und es gibt einen fünffachen digitalen Zoom. Der RYYB Farbfilter Array erhöht auch nochmal die Lichtmenge, die in die Kamera eintritt. Um 40% im Vergleich zu einem RGB Array. Gerade wenn es ein bisschen dunkler ist, macht sich das hier auch nochmal bemerkbar. Ich blende euch an dieser Stelle auch nochmal ein paar Fotos mit der Ultraweitwinkelkamera an. Die hat mir im Großen und Ganzen auch gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, fehlt es hier mir so ein bisschen an der Schärfe und an den Details. Gerade am Rand, auch von den Farben, muss ich sagen, da hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht. Auch die Porträts haben mir hier gut gefallen. Hier seht ihr einige Beispiele, Ausfransungen oder größere Fehler hatte ich jetzt bei meinen Tests nicht gehabt. Safies dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hier haben wir eine 60 Megapixel Ultraweitwinkel Autofokuskamera und eine 8 Megapixel Portraitkamera für Nahaufnahmen. Weiter geht es dann natürlich mit ein paar Nachtaufnahmen. Dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und hier habt ihr natürlich dann auch einen Eindruck von der Kamera. Jetzt, wenn es mal ein bisschen dunkler ist, oder ja, hier war es schon ziemlich stark dunkel. Also da kann man auf jeden Fall auch noch schöne Fotos machen. Weiter geht es dann mit dem Prozessor und der Akkuleistung. Verbaut ist der Qualcomm Snapdragon 778G 4G Octa-Core Prozessor. Das Smartphone lief ja auf jeden Fall gut. Manchmal hatte ich so ein paar Mikro-Ruckler, da könnte aber sicherlich ein Software-Update Abhilfe schaffen. Beim Starten von Apps oder auch beim Zocken lief aber sonst alles wirklich gut. Verbaut ist dann eine 4500 mAh Akku und ich kam damit auf jeden Fall easy durch den Tag. Hängt natürlich immer davon ab, was macht, aber ich hatte jetzt akkutechnisch hiermit keine Probleme. Und das Gute ist, dank Huawei Supercharged Turbo könnt ihr bei ausgeschaltetem Bildschirm innerhalb von 10 Minuten das Smartphone auf 60% bekommen und in 20 Minuten auf die vollen 100%. Und auch wenn das Display eingeschaltet ist, lädt das Smartphone in 15 Minuten auf 50% auf. Das sind wirklich sehr, sehr gute Werte. Das ist auf jeden Fall wirklich super praktisch, muss ich sagen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Alle Informationen zum Huawei 11 Pro findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Und ich muss sagen, alles um einen hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Und man bekommt hier ein sehr, sehr schönes Design. Gerade die Rückseite mag ich hier wirklich gerne. Und auch die Kamera schmiegt sich hier gut auf der Rückseite ein, finde ich. Auch zum Display muss ich sagen, gefällt es mir für den Farben, Blickwinkeln und so weiter wirklich gut. Der Fingerabdrucksensor könnte vielleicht etwas weiter oben sein, aber das ist alles nur Meckern auf hohem Niveau. Damit sind wir nun am Ende des Videos angekommen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, um nichts zu verpassen. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.